Der Kostenübergang und Risikoübergang bei der Lieferklausel ab Werk. Incoderms bzw. Lieferklauseln regeln einerseits den Kostenübergang und andererseits den Risikoübergang. Und diese Vereinbarung bezogen auf den Kosten- und Risikoübergang wird im Zuge des Kaufvertragabschlusses zwischen dem Verkäufer und dem Käufer getroffen. Es gibt in der Praxis zahlreiche unterschiedliche Incoderms bzw. Lieferklauseln. Eine davon sehen wir uns in diesem Video jetzt etwas genauer an. Und zwar die Lieferklausel ab Werk bzw. abgekürzt EXW. Und wie der Name dieser Klausel eben schon vermuten lässt, ist hier der Verkäufer lediglich dazu verpflichtet, die verkaufte Ware an einem bestimmten Ort, also in dem Fall auf seinem Gelände, zur Verfügung zu stellen. Für den Transport bzw. die Abholung ist dieser nicht verantwortlich. Hierfür verantwortlich ist der Käufer. Und dementsprechend trägt auch der Käufer das Risiko und die Kosten für den Transport bzw. die Abholung der erworbenen Ware. Musik Musik Musik